Scheiße. Scheiße, ist das alles teuer. Ist quasi schon erledigt. Eine Kleinigkeit für mich. Hab ich hier zweite Aufrüstung schon? Muss die nicht irgendwo angezeigt werden? Hab kein Geld, die jetzt auch noch aufzurüsten. Aber das kostet nicht viel. Nötige Ressourcen. Ich versteh schon, Spielen. Brauch Geld und so. Was kostet der Scheiß da? Zu viel. Zu viel. Ach, ich muss das in jeder Kaserne Neubau. Boah, Scheiße. Jetzt trollt mich doch einfach nur. 160. Die Macht des Imperators wird uns zum Sieg führen. Nun, da die Eltern sich hinter unseren Mauern in Sicherheit befinden, die Macht des Imperators wird uns zu sie verdoppelt. Sie sind zwar nur überzahlt, aber wir müssen durchhalten, bis Verstärkung eintrifft. Oder sterben. Sterben ist es dann wohl. Die Eltern sind auch wenig nützlich. Sehr wenig nützlich. Da oben lassen wir noch ein bisschen niederschießen. Sehr gut. 200, 100. Wie ihr wünscht. Hm. Was wollen wir noch so ein Imperialen? Die taugen zwar nix, aber was willst du machen? Hm. Was willst du machen? Mächtige Einheiten, ja. Das bringt man halt nicht mehr. Die Macht des Imperators wird uns zum Sieg führen. Können wir nicht mehr leisten. Die Macht des Imperators wird uns zum Sieg führen. Die hat sich noch ein bisschen auf, sehr schön. Die hat sich noch ein bisschen auf, sehr schön auf, sehr schön auf, sehr schön auf, sehr schön auf. Gut, die kommt immer wieder, wenn sie stirbt. Das ist der Vorteil. 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 Ähm. Wenn das dann auch wieder nicht funktioniert, dann weiß ich, dass ich nicht auch nicht tun will. Ähm. Dann können wir mal einen Schritt nach vorne gehen. Nicht so weit, aber... Ja, nicht so weit. Das ist mit jedem Lebensmüh. Äh. 1. Auch. Er ist schon tot, oder was? Ja. Das ist ziemlich gut, dass er schon tot ist. Dann kann ich nämlich das wieder anfordern. Oh. Ich fordere das mal an. Komm. Oh. 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 Das mal äh. Stimmt. Der kommt ja immer wieder, ne? Und immer, wenn der wieder kommt, funktioniert Dings wieder… Kommt er sofort immer wieder? Moment, scheiße. Nein, das wollte ich nicht. Wir sind immer wieder eng zusammen. Umstelle vielleicht nicht ganz nach vorne. Aber ich habe euch doch nach hinten geschickt. Würdet ihr mal nach hinten laufen? Moment, das war ihr, die ich nach hinten geschickt habe. So bin ich da nicht früher drauf gekommen. Oh Gott, sind schon alle totball. Warum auch immer, weil ich schon wieder so... Tafuck, was schießt denn da? Nein! Was schießt denn da ständig? Wart auf eure Befehle, zappel! Das ist mir eine Ehe! Verstanden! Wer beledigt! Es ist meine Pflicht zu mir! Ich schieß mal ein. Nachbauen, da wird schon nachgebaut. Wart auf eure Befehle, zappel! Ist er schon tot? Okay. Noch lebt er. Wo sind die verfluchten Maschinen sehr? Wie kann ich euch dienen? Ich bin schon weggekehrt! An alle Einheiten! Erwartet meine Befehle! Ich würde selbst bei mir noch, wenn es euer Wunsch wäre! Aber das wirst du auch tun! Äh... Ich kann euch zwei anfordern, oder? Das funktioniert nicht. Ich würde mir jetzt nicht beschweren, wenn es funktionieren würde. Okay, die Fahrzeuge sind reichlich unbeeinfacht von diesen Dingen. Es ist meine Pflicht zu dienen! Was seid ihr denn alle immer so weit da vorne? Ich bin bereit! Bleibt doch mal ein bisschen hinten, Leute! Ich glaube, die sind schon tot, weil sie dabei sind. Ich bin bereit. Hier immer Soldaten ist noch sicherlich! Fick dich doch! Möchtest du jetzt mal sterben? Du kannst einfach den Typen ignorieren! Sorn ins Scheiß! Die Sorge ist uns gewiss! Der Sieg ist uns gewiss! Der Sieg ist uns gewiss! Sie dachten, sie hatten schon gewonnen! Als ob sie das noch nicht hätten So kommst du mal wieder? Komm schon, ich brauch dich, danke Die Mission endlich gewinnt ist mein Wunsch Müsst ihr wohl auch mal den Panzer killen, aber so habe ich nicht die Truppen, ich hab halt gar nichts Ja und die kriegen das glaube ich nicht tot aus dem oder? Ich komme nicht mal nah genug ran Kannst du vergessen Ich habe keine Ahnung ob ich diese Panzer killen soll, die sind immun gegen den Luftschlag, natürlich Die sind ja gestohlen, deswegen sind die wahrscheinlich gleich viel stärker als meine Ach gerne Wow, wie sollen wir das denn machen? Wüsste ich gerne mal Wieso bist du schon wieder so weit vorne? Er sollte weit vorne sein, aber er ist irgendwie ganz hinten Was ist der Kommandant? Ich glaube der kommt nicht immer nach vorne Jetzt hör doch mal auf da immer ganz vorne rum zu eiern Wenn das der Sieg nur wüsste wäre das toll So, wo bleibt meine 2? Komm schon 2? Danke Wie ist das heute noch willkommen mein Bombardement? Ich weiß es nicht, ich glaube es kommt Na da ist doch mal ein Bombardement Ich weiß es nicht, ich glaube es kommt Ich weiß es nicht, ich glaube es kommt Na da ist doch mal ein Bombardement Jetzt für den hier Auch jetzt speichern, danke Ehhhh 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 Ehhh 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 der scheiß endlich auf wird es mein wunsch ja der schwieriger das gebürt die mal sterb mal ich brauche wieder luft weh So, ich muss nur noch das wieder töten. Das verhindert, dass unterwegs mein Gebäude da zerstört wird. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Kam die Luftschlage überhaupt durch? Ich habe hier noch gar keine Nummer zugegeben. Würdest du endlich mal Luftschlag anfordern? Hallo? Kriege ich denn heute noch? Vermutlich nicht. Ich kriege das Fieder halt nicht tot, weil ich keine Fahrzeuge dafür habe. Und Fahrzeuge dafür kann ich nicht bauen, weil die absurd viel Geld kosten. Wie soll man das denn aufhalten? Vor allem, da kommt noch mehr. Du siehst doch, die Verstärkung wurde das ab... Ja, vergiss das halt einfach. Eh, keine Ahnung. Kriegst du das Vieh halt auch nicht tot, wenn da noch mehr kommt? Und die Orks sind da lediglich. Ja, welche Verstärkung denn? Es kommt keine Verstärkung! Ja, es kommt keine Verstärkung! Ja, und jetzt ist die Vision fehlgeschlagen. Da kommt keine Verstärkung! Und der Angriff führt auch nicht auf! Spielt! Was soll ich tun? Das Spiel sagt mir nicht mehr, was ich tun soll. Das hilft ein Timer, der runterläuft, wenn nichts passiert, wenn er auf Null läuft. Scheiße. Ja, Zeit ist Null, aber scheint das Spiel nicht zu interessieren halt. Kann ich jetzt irgendwo etwas Neues anfordern? Nein! Es gibt auch keine neue Option am nächsten Wochenende. Welche Verstärkung? Wo ist meine... Ja, der Einzige, die noch Verstärkung bekommen, sind die Orks. Ja, toll. Ich bin zurückgekehrt an alle Einheiten. Erwartet meine Befehle, Bombardivoren! Ja, der erste Mal betaten. Riesige, grüne Blas. Was zur Hölle? Dankespiel. Sag das doch einfach. Die Karte nicht bei der Auflösung. Was zur Hölle ist das für ein Teil? Kein Wunder, dass ich nicht gewinne. Okay, nur die Ex-Sitz, ich verstehe. Gut, dass ich die jetzt zufällig gesehen habe. Kein Wunder, dass ich nicht gewinnen kann. Ich sehe die Einheiten nicht, weil die Auflösung das Ui zerfickt. Ach, geil. Wieso spawnt die nicht irgendwo, wo man sie... Wie lange muss die denn da noch warten, bis ich... Kein Wunder, dass die Mission nicht lösbar ist. Wenn ich diesen kleinen Panzer da nicht gesehen habe. Nein! Nein, jetzt lauft alle wieder zusammen. Woher sollte das ja jetzt nicht nur so schwer sein? Okay, ich bin... Ich habe noch einen Maschinenseer und ich habe Punkte, die Geld bringen. Also kann ich alles wieder aufbauen. Was ist euer Wunsch? Ja, bla... Gut. So, komm. Spawnt auch wieder! Das nennt ihr Wunden? Männer!